Und ein Moinzen zum Vorbericht rund ums Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Am Samstag, das letzte vor der Länderspielpause, Kimmich Zupfer. Muss leider angesprochen werden, kommen wir hier glaube ich auch nicht drum herum leider. Es ist und bleibt einfach eine komplette, auf voller Linie eine komplette Frechheit, dieses Tor zurückzunehmen. Er bekommt Druck und weiß dann einfach, wenn ich falle, wird es gepfiffen. Er gibt dem Schiedsrichter mit seiner Gestik, mit seinem Kniefall vor, was er zu pfeifen hat. Und es funktioniert, weil er bei den Bayern spielt. Das ist unfassbar einfach. Es bleibt auch ein Grund, warum ich keine positive Haltung zum VAR habe und auch nicht mehr haben werde wahrscheinlich. Beziehungsweise eher die Kombination aus VAR und deutschen Schiedsrichtern. Das dazu noch, es funktioniert in anderen Ländern durchaus besser. Gehe auch davon aus, dass die WM zum Beispiel total gut funktioniert, weil wir einfach der Top-Schiedsrichter am Start sind. Weil was bringt uns der VAR, wenn es halt trotzdem weiterhin diese absolut krachenden Fehlentscheidungen gibt. Selbst die nicht durch Technik, durch Bekönstens, Füllhuten am Stück angucken. Selbst dadurch nicht wieder quasi gelöst werden solche Probleme. Ist jetzt auch wieder schön. Gerade wieder ein Fall gehabt. Alleine vier, vier Fehlentscheidungen hinzugegeben aus den letzten zwei Spieltagen. Ich glaube, alles waren Entscheidungen um Handspiel drumherum. Ist ja schön, das einzuräumen. Zeigt irgendwo Größe, ist okay. Bringt aber halt absolut keinem was. Vor allem waren das alles halt Szenen, die irgendein Zwölfjähriger mit dem Fernsehbild schon richtig entschieden hätte. Aber der Schiedsrichter oder der Plus-VAR, wie auch immer, auf dem Platz halt nicht. Und das ist halt absolut peinlich. Verdienter Punkt. Sprechen wir auch an. Das falsch zurückgenommenen Tor hatten wir gerade. Wir hatten ein richtig zurückgenommenes Tor. Also das war 100% faul. Den Lachenkracher vom Girassi hatten wir. Aber natürlich auch Müller. Ich glaube gegen Kopfball war es in der ersten Halbzeit zweimal top. Die Torwart-Krätsche, die Torwart-Schere gegen Gnabry. Komplett elementar wichtig. Wenn das 3 zu 1 einfliegt, ist das Spiel vorbei. Am Ende 2 zu 2. Das erste Tor war so ein bisschen unglücklich abgefälscht. Das Ding von Tellen. Er wird noch mal abgefälscht. Geht Müller durch die Arme durch. Solide war was anderes. Aber ist halt reingeflogen. Dann eben die starke Einzellassung von Musiala zum 2 zu 1. Das ist schwer zu verteidigen. 2 zu 2. Dann Dinos aufmerksam. Sehr, sehr gut aufmerksam. Nimmt das Ding mit. Schickt ihn sehr schön und passend. Noch kurz vor Abseits auf führe ich durch. Und da wirklich mit einem eiskalten Abschluss. Ein Tor ist nicht zurückgenommen werden konnte zum 1 zu 1. Und dann eben natürlich der berechtigte Elfmeter, den Gerasi eiskalt reinklatscht. Ein verdientes 2 zu 1 Punkt, mit dem glaube ich in München keiner gerechnet hätte. Geile Stimmung gewesen. Geiler Vlog auch geworden. Gerne nochmal abchecken das Ding. Eine schöne Auswärtsreise nach München. Tatsächlich mal über 6.500 von Fans waren dabei. Nun tatsächlich, habe ich auf Twitter gesehen, sind wir so ein bisschen angstig geworden, was die Auswärtsspiele in München angeht. Die letzten 5 Spiele vom VfB in München war ein Sieg, 2018. Das waren 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Das ist ausgeglichen, wenn ich sogar besser für uns in Summe sogar. Hervorzuheben hier von der Leistung finde ich Müller, Mafropanos, Karasov, Führig und Ekloff. Müller aktuell auch beim Kicker. Der zweitbeste Keeper hinter. Vorgänger Kobel. Seru Girassi. Musste ich, habe vielleicht gewundert, dass er nicht da vorhin dabei ist. Musste ich einen extra Unterpunkt zu machen zu ihm, ohne ihn jetzt irgendwie komplett hochzuhalten. Das waren bisher ein Spiel und ein paar zerquetschte Minütchen. Aber es war eine bockstarke Leistung in München. Startelfdebüt für ihn. Gegen Schalke habe ich ein paar Minuten bekommen. Last-Minute-Kaleitisch-Ersatz. So muss man es ja sagen. Mit einem Tor. Zwei upperkannten Toren. Einem Assist. Weil ich glaube, der Elfmeter holt er selber raus. Gilt für ihn als Assist. Und eben dem einen Latentreffer dazu. Für den Stürmer starke 64% gewordene Zweikämpfe. Sehr viele Bälle festgemacht. Einfach ein bockstarker Auftritt von ihm in München. Zweimal Elf des Tages geschafft. Beim Kicker. Das ist er zusammen mit Dieners drin. Es sind zwei VfBler drin. In der Sportschau ist er der einzige VfBler in der Elf des Tages. Sehr, sehr schön. Und auch, was man auch nochmal rauf hervorheben muss, finde ich. Diese Art und Weise, wie das ein Elfmeter eiskalt da reinschweißt. Tut uns einfach gut. Zu wissen, da vorne ist einer. Der hat das Selbstbewusstsein. Der hat die Fähigkeiten. Der weiß genau, was er kann. Schnappt den Elfmeter. Wird gepfiffen. Direkt Ball geschnappt. Hingelegt. So, den mache ich jetzt rein. So. Keine Fragen. Keine Fragen. Rein damit. Fertig. Das hat uns gefehlt auch irgendwo. Diese Coolness. Sehr, sehr wichtig. Auch dieses Bild vom Jubel. Absoluter Bossmoment. Finde ich ein richtig geiles Bild geworden. Könnte eine gute Zukunft werden mit Gerasi. Verlängert bitte. Auch ein Thema, das alle mitbekommen haben. Mitgliederversammlung und Pressekonferenz. Gehe das nicht noch näher drauf ein. Wir hatten ein Video zur Mitgliederversammlung und ein Video zur Pressekonferenz. Gerne die Dinger nochmal reinziehen. Die Zusammenfassungen davon. Ich sage auch hier nochmal. Es sind für mich gar nicht unbedingt die Personen falsch, die gekommen sind. Sondern eher die Reihenfolge. So wie es ja auch berichtet wird. Missendat hat erst von den ganzen neuen Ghedira, Lahm und eben vor allem auch Gentner erst mitbekommen, als es schon offiziell war. Die Reihenfolge stimmt halt einfach nicht. Hoffe aber und denke auch weiterhin, dass Missendat seinen Vertrag verlängert. Das wollen ja auch alle. Also alle Verantwortlichen wollen das. Das loben ihn weiterhin. Die Frage ist halt nur, wie sehr man mit so einem Move eben auf den Schlips getreten ist. Oder halt vielleicht nicht. Wir wissen ja alle nicht, ob es doch in irgendeiner Form abgesprochen war. Oder Missendat doch eigentlich gar kein Problem damit hat. Es wirkt nur alles aktuell natürlich ein bisschen anders. Die Chancen sind durch die Aktion auf jeden Fall nicht gestiegen, dass er mehr Bock hat. Aber sie sind auch kein Ende vom VfB. Auch Materazzo klang auf der Pressekonferenz eigentlich ziemlich zuversichtlich, recht positiv. Muss er hier aber auch irgendwo, sonst wird er noch mehr reingestreut in das ganze Feuer, was da gerade eh schon da ist. Ich denke mal, Missendat wird ziemlich selbstbewusst in Gespräche reingehen. Er weiß, was er kann. Er hat sich auch diese Position erarbeitet und vollkommen verdient, da so reinzugehen. Ganz klar ist auch, dass die Fans schon durchaus auf die Barrikaden gehen, wenn Missendat deswegen geht. Wenn er nicht verlängert, auch wegen dieser Aktion, sage ich jetzt mal, wegen den 3-9 vielleicht, ist für viele im Verein einfach die wichtigste Person. Ist einfach so. Verlängerung ist ein Muss. Auch für mich ist es ein Muss, mit ihm zu verlängern. Mal sehen, ob es auch am Samstag da im Stadion was geben wird, in Sachen Spruchbände oder Spruchchöre oder sowas. Bin ich mal gespannt. Ich denke mal, nicht im großen Ziel, aber vielleicht so ein paar kleine Sachen. Mittlerweile gibt es ja sogar auch einfach eine Petition dafür. Ist wie auch alles andere hier, wisst ihr Bescheid, unten verlinkt. Rino in der Top 3. Ein weiterer elementar wichtiger Mann beim VfB. Ich würde ihn wahrscheinlich auf Platz 2 stellen oder mit Missendat quasi gleichstellen. Ist natürlich der Trainer. Ist Pellegrino und Matarazzo. Seit dem 30.12.2019 mittlerweile unser Trainer. Vertrag muss noch bis 2024. Muss man auch mal auf der Zunge zergehen. Das ist auch der Punkt, den ich jetzt hier mache. Aber auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. 30.12.2019. Wir befinden uns im September 2022. Und er ist immer noch da. Das ist ein halbes Weltwunder beim VfB. Deswegen hier der Punkt. In der Mitarbeiterhistorie hat er nun Bruno Labbadia überholt. Der war vom 13.12.2010 bis zum 6.28.2013 da. Das war so der Trainer, den vielen noch im Kopf fanden. Wenn sie da denken, welcher Trainer war denn zuletzt in letzter Zeit mit am längsten da? Das war Labbadia. Den hat er jetzt überholt mittlerweile. Hat bald die 1000 Tage geknackt und auch die 100 Spiele bald als Trainer überschritten. Und eben deswegen Top 3. Nachdem Bochum ja Reis entlassen hat, ist er nun hinter Streich und hinter Fischer von Union Berlin der drittdienstälteste Trainer in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt. Unser Gegner mit einem durchaus durchwachsenen Saisonstart, würde ich sagen, für den Europa-League-Sieger der letzten Saison. Wir müssen das nochmal unterstreichen. Europa-League-Sieger spielen jetzt Champions League. Weil letzte Saison ja auch bei einem Public Viewing live in Frankfurt dabei. Das war sehr, sehr geil. Generell einfach ein geiler Verein. Ich erwarte mir auch wieder einen dicke Auswärts-Support, dicken Auswärts-Vlog. Ich glaube, die meisten haben da Frankfurt auch die Daumen gedrückt. Dieses Jahr, wie gesagt, Champions League. Erster Sieg da am Dienstag eingefahren. 0 zu 1 in Marseille. Aber wie gesagt, Bundesliga ist so ein bisschen durchwachsen bisher. Acht Punkte aus sechs Spielen. Nur Platz 11. Nur drei Punkte auch vor uns. Also wir könnten gleichziehen mit Frankfurt. Wir haben fünf Punkte und stehen damit auf Platz 14. K. natürlich top verstärkt mit Götze, mit Kulomani und so weiter. Da sollte auch dieses Jahr internationale Qualifikationen nicht über Europa-League- und nicht über Champions League, sondern wirklich über die Liga, über die Tabellensituation auch schon drin sein in der Bundesliga. Gerne hier nochmal den Talk mit Benni anschauen, der gestern online gegangen ist. Da natürlich noch viel mehr zu Eintracht Frankfurt. Bald Länderspielpause. Denn nach dem Spiel am Samstag gegen Frankfurt gibt es eine Woche Pause. Länderspiele. Auch hier mal einen Zeitpunkt, finde ich, um kurz auf den Stand der Dinge zu schauen. Man ist, wie gesagt, 14. Fünf Punkte aus sechs Spielen. Sechs zu sieben Tore. Also wenig getroffen, aber auch wenig kassiert. Fünf Unschieden. Einige Lage. Kein Sieg bisher. Also man verliert selten, was schon mal gut ist. Aber halt noch nicht gewonnen in dieser Saison. Einige Lage gegen Freiburg. Klar, ist ein aktuelles Bild. Das wird wahrscheinlich nicht so aussehen. Aber aktuell war das eben der zweite Platz. Deswegen geht das irgendwo auch okay. Gegen Freiburg immer unglücklich. Auch diese Saison wieder unglücklich gewesen. Das einzige wirklich schlechte Spiel war gegen Schalke zu Hause. Da hatten wir eigentlich die meisten im Pflichtzimmer erwartet. Bleibe ich auch dabei. Hätte einer sein müssen. Das Auftreten hat es aber eben nicht hergegeben. Das Unschieden war vollkommen okay. Mehr drin war auf jeden Fall in Bremen. Einfach wegen Glas-Minute-Ausgleich. Und in Köln, da bleibe ich dabei, war ich auch dabei auswärts. Vor allem ohne die rote Karte. Köln war irgendwie K.O. Nach dem Europa-League-Qualifikationsspiel. Da war noch mehr drin. Leider auch nur ein Punkt. Und eben ist die wirklich, wirklich sehr, sehr starke Leistung in München eben. Um deshalb mal aufzugreifen, quasi die aktuelle Situation vom VfB. Komisches Spiel in Schalke oder gegen Schalke. Und gutes Spiel in München. Weiß noch nicht so ganz, was du damit anfangen sollst. So ist der Saisonstadt eben durchwachsen. Zwei, drei Punkte wären mehr drin gewesen. Stichwort Bremen und Köln vor allem. Spiele bis zur WM wurden jetzt auch ganz offiziell angesetzt. Alle zeitlich. Ja, gehe nicht näher drauf ein. Passt eigentlich alles. Englische Woche ist halt doof. Aber die ist halt da. Das 19-30 gegen Union muss auch nicht unbedingt sein. Aber es ist eher für Union scheiße als für uns, würde ich sagen. Gerade für die Auswärtsfans. Sonst sau oft 15-30 am Samstag. Da können wir wirklich nicht meckern. Aufstellung. Da war die PK zum Glück auch heute wieder Donnerstag früh. Hat sich auch nicht allzu viel getan. Wagner Mann kehrt nicht zurück nach Gelb-Rot. Und er ist jetzt leider verletzt. Fällt verletzt aus. Knochenödem am Mittelfuß. Afropanos ist noch unklar. Soll Abschlusstraining mitmachen, um eine Option zu sein. Ich denke mal, gehen wir davon aus, dass Dinos, wie er halt ist, wie Dinos halt ist, ich denke mal, der wird spielen können am Samstag. Hoffe ich einfach mal damit quasi selbe Voraussetzung wie letztes Spiel. Nur noch ein paar mehr Optionen. Koulibar, Leonardo sind wieder Optionen für den Kader. Sind wieder fit. Habe es mir ein bisschen wild aufgebaut. Sage ich, wie es ist. So wird es wahrscheinlich nicht aussehen. Wobei die Formationen ja oft so offen aufgestellt sind. Von der Verteilung ja auf dem Platz. So gegen Schalke auch zum Beispiel hier. Was ich sage, Tomasch denke ich wird rausrücken. Der kommt noch nicht so in die Saison rein. Und Führig würde ich auch nach der zweiten Halbzeit wieder in die Startelf tippen. Damit Müller, Dinos, Anton Ito, Silas, Karasso, Endo, Sosa, Armada, Führig und Gerasi. Die Prognose. Es geht um sehr wichtige Punkte am Samstag. Es geht darum, das Spiel in München auch zu krönen. Weil es bringt dir nichts, in München tapfer sich einen Punkt zu erkämpfen, zu verdienen. Und dann gegen Franco wieder sowas ähnliches abzuliefern wie gegen Schalke. Und eben dann doch zu verlieren. Am Ende halt dann doch mit fünf Punkten aus sieben Spielen da zu stehen. Statt eben möglichen acht oder vielleicht von mir aus auch einen Punkt. Das sind sechs aus sieben. Acht wäre natürlich viel angenehmer. So gehst du wirklich recht entspannt in diese Länderspielpause rein. Wie so ziemlich jedes Spiel, sage ich, oder jedes Heimspiel, sage ich, dass man da nicht verlieren muss. Zu Hause muss das nicht. Klar, Bayern, Dortmund und so. Vielleicht noch Unterschiede. Aber zu Hause muss immer viel mehr drin sein. Es ist wieder ausverkauft. Auch wieder wilde Einschränkungen am Spieltag vorausgesagt. Deswegen schaut da gerne mal rein, liebe Besucherinformationen. Mal sehen, wie es da aussehen wird mit Einhörs und so weiter. Mit Zeiten und Wartezeiten. Ich hoffe, das wird alles recht normal funktionieren. Weil in jedem Heimspiel bisher war dicke Besucherinformationen. Ging eigentlich bisher immer recht okay. Mal gucken, ob es diesmal anders aussieht. Wäre eben wirklich sausa wichtig. Denen, das ist eben auch das andere Bild des VfB, habe ich ja auch gesagt. Schau mal in einem Video. Es wäre der vierte Bundesliga-Sieg in diesem Kalenderjahr. Also, ja, es wäre mal Zeit. Es wäre mal Zeit, um das jetzt nicht unnötig, krass negativ auszudrücken. Aber es wäre mal Zeit. Und das glaube ich auch, dass die Zeit gekommen ist. Nach dem Spiel in München an die Leistung anknüpfen. Frankfurt in der Liga. So ein Hoch und Runter. Freiburg hier Leipzig geschlagen. Nach gegen Wolfsburg. Komisch verloren mit 0 zu 1 zu Hause. Champions League in den Knochen. Jetzt noch vom Dienstag. Natürlich länger her die Zeit. Zu regenerieren habe ich Tipp auf ein 2 zu 1 Heimsieg. Wie auch schon im Talk mit Benni. Letzte Spiele waren immer eng mit Frankfurt. Mal unschieden. Mal das bessere Ende für Frankfurt. Ich hoffe, diesmal das bessere Ende für uns. Positiv in die Länderspielpause reingehen. Wie gesagt, ihr könnt abstimmen im Community-Tab. Wisst ihr Bescheid. Gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Hier noch, wie immer, der gesamte Spieltag getippt. Damit danke ich fürs Zuschauen. Das gerne kostlose Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.